Also irgendwo muss den Teil gelandet sein, ich weiß noch nicht wo und wir haben gerade, glaube ich, hier so ein bisschen Krieg ausgelöst. Wir haben Krieg ausgelöst? Ich habe einen Krieg ausgelöst anscheinend. Ich habe einen. Und das? Ich glaube, ich habe die Prinzessin gefunden. Das sind aber noch diese Krumpets. Ich will wissen, was Krumpets sind. Ich werde es dir gleich sagen. Du weißt es schon? Ähm, Kekse. Wieso sind das Kekse? Weiß ich nicht. Frag mich nicht. Hauen wir ab. Wir werden hier so ein bisschen zerschossen gerade. Warte, ich will noch ein paar Helikopter töten. Mach das! Dann habe ich nämlich einen Badass-Token gleich frei, glaube ich. Ich glaube, ich musste noch einen töten. Komm schon, ein Helikopter noch. Ich brauche einen Helikopter. Gib mir einen Heli! Komm nicht zu dir hoch. Verdammt, du bist auf dich allein da oben gestellt. Ich komme schon klar. Schick mir einen Kopter hierher! Schick mir einen Kopter! Schick mir einen Kopter! Siehst du hier noch einen Kopter? Warte, den Typen hier drüben kille ich mal. Ey, was ist los? Ich bin da. Junge, was ist los? Was ist los? Oh. Killt? Ja. So. Okay. Ih, was war denn das? Das war irgendwas Ekliges. Ich hätte irgendwas Ekliges gerade Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du das? Was hab ich? Ich hab hier was entdeckt. Was genau hast du entdeckt? Ich hab hier was gedreht. Dadurch hat's einmal so gedöhnt. Inwiefern sind jetzt die Gegner respawned. Dadurch dieses Död. Ich weiß nicht, ob's dadurch war. Auf jeden Fall sind jetzt hier wieder Gegner. Ich hasse euch. Oh, ich hab grad auf den gleichen gezielt. Hinter dir. Gleich. Oh, jetzt komm doch mal her, Junge. Aua. Wie schießt denn ihr auf mich? Boom. So. Ja. Ja, genau das da hab ich grad gedreht. Obwohl, das warst du nicht. Das war ich? Nee, hä? Das war ich jetzt überhaupt nicht. Hä? Was? Wow. Warte mal, ich will eigentlich immer so ein Goliath richtig zum Rasen bringen. Dafür gibt's ihm nicht ein Achievement. Hab ich gesehen. Okay. So. Mann, du hast jetzt schon wieder ihn angezündet. Ja, weiß ich. Du verdammter Panner. Das ist Reflex. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ein Goliath ist. Jetzt gibt's keine Goliaths mehr. Ich würde nur sagen, hier haben die nicht so ein High Level, dass wir die auch besiegen können. Wo ist ein Heli? Ich spawne hier einen Schritt zu schnell. Ich höre einen Heli. Wo ist der Heli? Ich will ihn vernichten. Wow, ein baddest Helikopter. Soll ich mal auch drauf schießen? Oh, nee. Hier sind zwei. Mann, jetzt habe ich keine Muni mehr. Wo ist der Scheiß-Heli? Ich weiß nicht, auf welchen du gerade schießt. Auf den hier. Meiner brennt gerade. Nee, auf den schieße ich nicht. Okay. Das ist gut. Ah, ich habe meine Snapper-Money mehr. Komm her. Komm her. Oh, Mann. Ich habe mal angesäuert. Wer dein? Nein. Das ist bestimmt... Ja, ich habe deine angesäuert. Das würde dich sicherlich nicht stören. Er dampft. Mann, jetzt fliegt doch mal nicht so doof. Jetzt sind hier ein paar mehr Copter. Ja, schieß ruhig drauf. Aber nicht im Baddest Copter kaputt machen. Hier sind mehrere Baddest Copter. Oh, die sind runtergesprungen. Die Leute da. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass die das machen. Hör mal auf, da irgendwo rumzustehen. Und wo ist jetzt noch ein Copter? Ah, er brennt gerade. Genau der da. Den hast du vernichtet. Klöp? Aber das sollte man nicht nochmal drehen. Dann kommt nämlich die Verstärkung wieder. Hier. So was? Entdeckt. Das kann man entdecken. Dreh mal. Passiert nichts. Gut. Hast du das jetzt auch entdeckt? Bei mir stand schon entdeckt dran. So, dann stand bei mir das wahrscheinlich auch schon dran. Ich weiß es bloß nicht. Gehen wir wieder zu Tina. Gehen wir zu Tina. Tina ist cool. Tina! Tina! Wo bist du? Oh mein Gott. Bist du schon verdammt spät. Wie lange zocken wir eigentlich schon? Äh, noch nicht so lange. Das liegt was. Äh, dann am Anfang 21 Uhr oder so. Ja. Ich lag alles an der langen Vorbereitung. Ja, wir haben das lange vorbereitet. Die war heute mal länger als sonst. So viel sei verraten, aber mehr auch nicht. Ah, sein Stuhl ist unbequem. Ich dachte schon, mein Stuhl. Mein Stuhl ist nicht unbequem. Ja, er ist... Nein. Unser bewährter Mr. Kelshin ist heute in einer neuen Location runtergekommen. Ja, ich bin in einer neuen Location. Er hat einfach mal seine alte Location gewechselt, weil er die Unkuchen hat. Hä, wieso? Ist der jetzt plötzlich wieder hier? Ah, steht da oben gerade drauf. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Warte, du bist nicht hoch. Wo denn? Ich sehe ihn immer da oben. Warum ist er da oben? Weil er da immer ist. Das stimmt. Er ist da noch nie runtergekommen. Ist aber bloß blöd. Er kann da nicht alles töten. Los, stell den einen, ich stell den anderen hin. Sehr erfreut, Fluffybutt. Sie sehen toll aus. Nur weil das Ding jetzt ein Glas und ein Zylinder trägt? Ist Fluffybutt eine Handgranate? Wie, jetzt im Ernst? Oh ja. Ich hab mich mal so nicht eingebildet. Prinzessin Fluffybutt, wer sitzt hier? Lady Tina, auf Blow Up Your Face Heim. Schön. Klingt beruhigend. Bart Lesby. Und wer sitzt auf der anderen Seite hier noch? Evil Bastard that killed my parents. Jetzt zur Einladung des Ehrengastes. Die Party kann beginnen. Noch der Ehrengast fehlt mir. Flashstack. Was? Hier, das, das, ähm, wir bringen jetzt den Evil Bastard, der ihre Eltern getötet hat. Das steht da auf dem Schildchen. Also ich glaube, der wird, äh, gesprengt von dem Insekt gefressen und von ihr wird sein Gesicht gegessen. Warte, halt. Du hast aber gerade schon gehört, dass sie unsere Babys töten wird, ja? Ja, ich hab keinen. Und du hast auch keinen. Ja, ich auch nicht. Achso, ich... Wollen wir uns doch keine Sorgen machen. Hier ist übrigens auch noch ein Schalter. Ist dir das mal aufgefallen? Nein, hab das mir nicht aufgefallen. Macht der was? Nee, weil ich ihn noch nicht betätigen kann. Achso. Okay, dann geh ich einfach mal weiter. Warte, 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 ich will mir doch erst Moni kaufen. Dank auf dir, Moni. Ja, ich kaufe das. Jünke, mach doch mal hin. Alter, sag nicht Jünke zu mir. Ich sag Jünke zu dir, was ich will, wo ist die andere Katze. Was? 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 Hä? Wo von da warst du? Ich muss mal kurz die andere Katze suchen, ja? Ich werde sie wahrscheinlich sehr schnell finden. Okay, okay. Katze. Okay. Ich laufe schon mal ein bisschen weiter. Da bist du. Katze gefunden. Ich muss mal ein bisschen nachsehen, wo die sind, weil ich nicht weiß, was sie so treiben, wenn ich nicht hier gucke. Du, äh, äh, sag mir mal, was das bitte heißen soll. Sie sind herzlich eingeladen. Ur-Av-ge. Was? Was soll das heißen? Ur-Av-ge. Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir es noch raus. Wer? Wer da? Der? Ne, ich hab ihn gerade getötet. Da steht aber gescheitert dran. Wir haben versagt. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, was die Mission war. Wenn es nicht die Mission war, töte alles, was du siehst. Sondern? So, ansonsten die Mission. Ach so, scheiße, wir sollten ihn herlocken. So. Hat sie doch gesagt gehabt. Dann müssen wir das nochmal machen. Ja, dann müssen wir jetzt hier raus wieder. Komm, komm, wir töten gar nicht hier mehr Leute. Wir müssen hier einfach noch raus. So, die stören doch nachher aber bloß. Die sind doch dann aber sowieso da. Was hast du? Oh, im Bett ist Goliath. Los, schieß ihn den Kopf ab. Schieß ihn nochmal den Kopf ab. Raus nach Bett ist Goliath. Schieß ihn den Kopf ab. Ah, ich schaffte immer eine Granate. Ich hab Angst. Nein, du musst dir den Kopf ab schießen. Sie sind gerade regeneriert? The fuck? Du musst ihn den Kopf abschießen. Du hast ihn getötet. Jetzt musst du mich wieder beleben. Halt, nein. War nicht wahr. Ja, was glaubst du? Du hättest ihm nochmal den Kopf abschießen müssen. So, warte nochmal. Hier ist irgendwo noch ein Goliath. Dann mach mal. Ich komm in die Mission rosetten, ja. Wo ist der? Ja, ja. Ich bin bereit zu sterben. Ich bin immer bereit zu sterben. Halt, seid bereit. Da ist Goliath. So, seid ihr schlecht? Da ist der Flashstick der Irrendast. Ich glaub, er ist ein Respawn. Ja, hier, er steht bei mir. Nicht zu mir kommen. Ich lauf einfach gerade und lenke ihn mal zu. Obwohl, der darf, glaub ich, nicht im Wasser laufen. Komm mit, komm mit, Arsch. Komm mit, komm, 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 komm. Du sollst mitkommen. Hallo. Come on, bitch. 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 Juhu. Ja, komm, komm. Nicht, lauf, lauf. Lauf. Ich hab ihn am Arsch. Jetzt nicht mehr, jetzt. Und er wird zurück. Warte, ich. Komm her. Arsch, hallo. Pass auf. Ich nehm ihn jetzt mit. Wirst du? Sag mir mal, wenn er umdreht. Jetzt ist er noch hinter dir. Aua, jetzt hat er mich geboxt. Komm mit. Komm. Ah, jetzt wurde er gerät. What the? Hä? Was geht ab? Los, los, los. Komm mit, 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 mit. Hast du die Rohre gesehen? Ja, hab ich gesehen. Kommt der wieder raus? Hier vorne kommt der wahrscheinlich raus. Was geht ab? Hä, was passiert da drin? Flashtick ist auf dem Klo. Macht dich hübsch für das große Ereignis. Glaub ich nicht. Flashtick auf dem Klo. Ja, klar. Wo ist denn das Klo, bitte? Hier oben. Party kann jetzt beginnen. Okay. 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 Deine Eltern haben bestimmt geschrien, als sie draufgegangen sind, hm? Wenn du bereit bist für die Party, verpasst bitte Mr. Flashstick eins in seine Schweine... Okay, ich hau ihn mal. Bam! Oh, eins hab ich vergessen. Festix-Freunde sind auch eingeladen. Pass auf, dass sie nicht randalieren und den Generator schrotten. Okay. Okay. Nichts einfach als das. Ich sniper. Ich sniper einfach nur. Oh ja. Das ist ja nichts, als wenn ihr bedrohlich wäre. Soll ich mit-snipern? Ja, mach mal ruhig mit. Bing. Was sagst du, Prinzen? Ich verstehe dich nicht. Flashsticks Freunde sind so laut. Was für Rühe. Bam! Headshot. Blup! Oh, da kommt schon ein Nomade. Was hast du mir gerade auffällt? Was ist denn? Wir müssen die Scheißarbeit machen. Sie hat Spaß. Erstmal das und zweitens in meinem HUD. Also in meinem HUD, wenn ich ranzoome, stehen russische Zeichen. Geh jetzt ehrlich? Ja, das kann ich nicht lesen. Cool. Wird ja eigentlich gerade voll gelasert die ganze Zeit, oder was ist mit ihm? Ja. Dann wird gelektroschockt. Cool. Ich hab keine Muni mehr von meinen Schrotfländen mehr. Blup! Geh ne neue kaufen. Äh, ja, geh ne neue Schrotfländen kaufen. Ja, cool, nein, ich... Wunder, schnappst du nicht? Mach ruhig weiter, ich komm da. Ich benutze einfach jetzt diese Waffe. Ich will eine Granate werfen. Wee! Da ist doch jetzt gerade keiner. Doch, einer. Keiner, toll. Ey. Arsch. Arschloch, er hat's überlebt. Hey, ich sammle mal hier ein bisschen Muni ein. La 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 la. Oh, hi, Leute. Ich bin das hier mit Empfangskommando. Und der hier, der andere Typ ist das andere Empfangskommando. Oh, Iridium. Meins. Servus, servus, servus. вин guckt dich bedrohlich, oder? Ne. Nee. Vielleicht wird's noch schlimmer. Wie ist der Flashstick? Ich schaue es! Ich schaue es! Ich schaue es! Du bist hier komplett leer! Oh, sicher! Hm, lalala... Das war's? Hi... Hi, Mann! Hallo! Hallo! Hast du irgendwas verändert? Nee. Oh, er schießt sogar jetzt mit ins Mid, oder? Was glaubst du da? Oh, jetzt schicken sie schon Badass! Hier, eine Granate für dich! Du! Mann, sind die bedrohlich! Oder schaffst du mal rein? Alter! Arsch! Gut, dass du zusehen musstest! Der Tod deiner Familie hat dich stark gemacht! Wie mich! Flashstick! Noch ein Crumpet, Princess? Warum läuft sie eigentlich die ganze Zeit rum? Jetzt kommen Zwerge? Hä? Alter, ich hab grad'n Leck! Was zum Geiger passiert hier? Oh, warte, ich leck auch gerade! Hä? Ich kann den nicht töten! Ähm... Klein? Geht ab! Ich weiß nicht! Bin ich noch da? Ja, du bist noch da! Aber ich stehe wahrscheinlich irgendwie drauf rum! Du läufst gerade weiter und ich glaub' ich bin das Connected One, glaub' ich! Oh nein! Dann heißt es, mein Spiel hat sich auch damit verabschiedet! Deswegen komm' ich nicht mehr ins Spiel rein! Äh... Gut, äh... Ich wurde das... Ja, wir sehen uns also gleich nochmal wieder, wenn das Spiel wieder läuft! Äh... Kaka! Bis gleich! Wir sind wieder in Aufnahme! Sehr gut! So! Nachdem du gecrashed bist und wieder alles okay ist, machen wir das jetzt nochmal! Genau! Wir sehen uns jetzt hier also sozusagen wieder live in Farbe und BUND! Farbe und BUND! Naja... In Farbe und BUND! Sind Sie denn mal da drüben fertig? Ich? Ja, genau Sie! Ja! Jetzt geht's über einen Film! Betätige ich meinen Schalter, ja? Ich bin der Film! Ich bin der Film! Betätigen Sie den Schalter, Mister! Deine Eltern haben bestimmt geschehen, als sie draufgegangen sind! Halt die Fresse, du Typ! Warte! Ich schlag' ihn wieder! Oder ja, du hau' ihn mal in die Fresse! So! Entschuldigung, ich hab' Fresse gesagt! Oh mein Gott, ich bin scheiße! Stellen wir uns hier vorne hin und schieß mal so ein bisschen! Ich setz mich auf! Ja, du stehst auf der Seite und ich steh' auf der anderen! Ich decke hier mich hinter Kisten! Bäm! 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 Na los, kommt sie her, Leute! So ist das doch richtig! Ich versteh' dich nicht! Flestigsfreunde sind so laut! Was für Rüppel! Bäm! 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 Bäm!